Herzlich Willkommen zurück, meine Freunde, oder zu einer neuen Runde LOL. Im 3 gegen 3, hier, und es ist ein kleines Special und zwar habe ich mir gedacht, ich werde mich in diesen Spielen jetzt schön an mögliche Challenges halten und damit fangen wir gleich auch an. Verschiedenste Challenges, ihr könnt mir gerne posten, welche ich machen soll, die erste, die habe ich mir überlegt und ich wähle. Als erstes mal werde ich mir Schuhe kaufen, was ganz normal ist, habe ich mir gesagt, und den Rest könnt ihr euch dann wählen, Duran. Duran, da passt ja Duran rein, D-U-R-A-N. Jetzt werde ich gleich, wir können ja schon mal gucken, wir fangen mal an, D und das dritte, D, 1, 2, 3, Perle, wir müssen natürlich was bauen. Also, wählen wir mal mit, ich habe mir nämlich überlegt, ich gehe mal auf, wir gehen mal auf Leben, oder Lebensrecht, ne, wir gehen auf Rüstung. Und da geben wir jetzt mal D ein und nehmen das dritte, ja, das dritte von unten, okay. Okay, so, 1, 2, 3, Hextech, alles klar, den muss ich mir kaufen. So, das habe ich mir überlegt, ich wähle pro Buchstaben in meinem Namen einen Gegenstand aus, den ich mir dann kaufen werde. Ja, und den muss ich euch jetzt zu Ende bauen, das heißt, als erstes werden wir den, oh Gott, Hextech, das Hextech Gunblade kaufen. Das ist noch ein bisschen Bronx, Bravery und Blödsinn gemischt, aber ja, das gehört dazu. Oh Gott, und wir haben hier Braum, Sternwächterin Lux und oben ist eine Vein. Ganz toll. Ja, ja, komm, alles easy. Wieso, ich bin viel zu mighty. Ich kriege keinen Farm hier. Oh Mann, ich kriege einen Zero Farm. Läuft ja super. Wuhu, rein Donnern. Vergiss es, ich tötet ihr nicht. Live wiederherstellen, du. Lassen wir mal Annie die Last Hits. Kann ja nicht schaden. Kannst du die da halten? So, komm, hier, Alter, eingenommen. Nice. Nice. Soll ich auch ein paar Last Hits machen? Immerhin Level ab. Oh, meine Kuh. Ach, Annie ist tot. Ach, guck mal, gar nicht gemerkt. Annie, 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 was machst du denn da? Wenn ich jetzt mal eben den Altar von denen da einnehmen kann. Kommt noch keiner. Kommt keiner rechtzeitig. Nice. Nice. Ja, Alter, eingenommen. Taf, tadam, 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 tadam. So, alles easy. Alles safe hier. Schön hierbleiben. Schön hierbleiben. Ja, jetzt muss ich auch noch ein bisschen Farm abkriegen hier. Mist, Mist, Mist. Kein Problem, ich bin Rammus. Ich halte alles so aus. Nice, ein schöner Schaden, Annie. Vergiss es. Ein Heel springen lassen. Yeah. Ja. 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 Nice. Oh, wir haben sonst geflasht. Okay, ich muss weiterkaufen. Oh Mann, was die nachher wohl sagen, wenn ich damit fertig bin. Ich darf ja Heilträger kaufen. So, äh, hopp, wo ist das Gunblade da? Alter, die machen mich doch fettig, eh, wenn ich nachher das Gunblade da hab. Alter, ich bin auf Stufe 3 und die sind schon 5 und 6. Ich bin so ein Noob, ne? Oh Mann. Ich werde doch zu Tode geflamed. Okay, wir müssen ein bisschen Farm abgreifen hier. Aber auch nicht viel, weil die gleich wiederkommen. Da ist Lux zum Beispiel, kann ich schon mal nicht reingehen. Richtig, den da so. Warte, ich komme von der anderen Seite. Oh, richtig. Angriff. Mist. Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Mann, ey. Ich wollte weh machen, aber die waren auch auf cool. Erstmal weg, erstmal weg. Ich will mal ein paar Kills hier. Dankeschön. Ein bisschen Last Hit, mal Farm hier. So. Pff. Tum, 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 tum. Äh, äh, kriegst mich nicht. Alter. Thank you. Dann wieder hochpushen. So, wie ein bisschen maxen. Daneben. Weg, 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 weg. Hau ihn um, hau ihn um. Jawohl. Nice. Nice. Hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Ah, das war's zum Heilen. Ah. Luxus abgehauen. Oh, Ulti. Ulti-Time, Ulti-Time. Jetzt greift er es mal unkontrolliert an. Oh, hau ab. Ich schütze dich, Annie. Ah, ich bin ein Teamplayer vor dem Herrn. Nice. Nice. Nichts da, da gibt's Farm. Will Farm haben. Bam, hier Ulti raushauen. So, muss ein bisschen Farm gehen hier. Oh, ich brauche das. Jetzt gehe ich wieder weg. Bisschen verspotten noch machen. Ich mache den immer schon ausgeglichen jetzt hier, den Ramos. Das ist ... Oh, oh. Rein rollen. I keep rolling, rolling, rolling. Oh, doch, hier, du Feigling. Der will er nicht. Hau ihn um, hau ihn um. Jawohl. Leute, das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Wenn ihr... Ja, das kann ich euch jetzt auch mal sagen. Wenn ihr eine Idee habt, was wir mal machen sollen, oder was ich mal machen soll als Challenge... Ey, oh scheiße, ich habe keinen Mana. Oh nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht dahin gehen. Das bringt nichts. No Mana, no Mana. No Mana, no Game. Wenn ihr eine Idee habt, was ich mal machen soll als Challenge, beziehungsweise mal mit dem Ryu vielleicht. Der Ryu ist ja auch immer gern bei sowas dabei. Dann sagt mir gerne Bescheid. Oh, 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 aufpassen. Dann sagt mir bitte gerne Bescheid. Ich bin immer für sowas offen. Macht das auch gerne mit. Okay, zack und tschüss. Oh, 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 oh. Mit elf. Elf HP. Nice, überlebt. Gut, weiter geht's. Das Gunblade muss gebaut werden. Oh Gott. Bilgewasser habe ich jetzt und Hextech-Revolver. Oh Mann. Was kann ich denn jetzt? Er verursacht 100 magischen Schaden und verringert das Lauftempo. Okay und der hat einfach Zaubervampir. Mal gucken was die dazu sagen. Wenn sie überhaupt was sagen. Ich passe auf dich, Annie. Ich bin der Rammus. Ich passe auf dich auf. Nice, weg ist er. Ah du blöde Sau. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Das kann nicht sein. Nein. Das ist eine Scheiße. Das war ein zu großer Risk. Okay, 800 brauche ich nur. Oh Mann. Scheiße, hätte ich mal mein Bildgemesser eingesetzt. Hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Alter, die ist richtig nice. Die ist richtig gut, die Annie. Ich gehe mal nach oben. Vor allem, da ist ein Mist passiert. Hilfe ich aus. Ich und aushelfen. Hahaha. Rammus ist da. Die haut ab. Die ist feige. Lass laufen. Lass und den Tower beschützen. Alter, lass doch laufen. Boah. Oh nice. Das hat sie echt gut gemacht. Das gesehen, ey. So, da müssen wir mal fein bisschen Loot abholen. Meine, 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 meine. Ich push mal ein bisschen. Da mache ich auch so kaum Damage, ne? Oh scheiße, der ist jetzt schon wieder. So, du mich kriegst, Fräulein. Ich komme nach unten. Oh, Mist. Come on, Ghana. Oh. 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 Okay, die ist weg. Lass laufen. Lass laufen. So, also doch, komm. Na komm. Nein, Morgana. Raus da. Oh, Alter. Okay, ich muss weg. Das ist eigentlich eine nicer Truppe, muss man sagen. Aber das Team ist echt gut. Oh, ich kann es mir kaufen. Okay. Okay, dann kommt jetzt das U. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Zahl 5 von, oder die 6 von, ne, sagen wir mal 7 von unten. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klinge des gestürzten Königs. Oh, schon wieder so was Teures, ey. Gut. Ich hätte vielleicht auch mal Schuhe kaufen sollen, aber die habe ich ja. Passt schon. Die Klinge des gestürzten Königs. Haben wir da, sagen wir da, Angriffstempo und Lebensraum. Oh, gut auf Lebensraum, ne? Hextech-Revolver aktiv verursacht 150 Schaden. Easy. Komm, rein hier. Boots und Ulti. So. Ah, nice. Nice. Jawohl. So und nicht anders muss es. Aber ich komme nach unten. Go, 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 Power Rangers. Ah ja, der hat mich zurückgeschleudert. Du fucking Biest, ey. Ja, komm, easy peasy. Den Schlag nehme ich gerne an. Wie würde Hand of Blood jetzt sagen? Ich nehme den Schaden an. Haha, geklaut. Mist. Nee, ich bin vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben nichts. Wir müssen nichts überstürzen. Lass sie kommen. Lass sie kommen, lass sie kommen. Ich bin da. Jetzt haben wir ihn. Jetzt, aber ja. Jawohl, er ist ja down. Raum ist wieder down. So wie es sein soll. Und rein. In die gute Stube. Easy. Kein Ding. Ja, Luchs, komm, geh nach Hause. Zack, 5. Wow. Oh, die We... Oh, ich bin tot. So ein Schiet. Egal. Weiter geht's hier. Ah, das Endermesser kaufen. Vielleicht brauchte ich auch mal wieder ein paar Heiltränke. Alter, die werden sich auch denken, was macht der da, der Trottel. Oh, man. Normalerweise spielst du da. Ich würde ihn jetzt richtig schön tanky spielen. Erinnere dich heilen, viel Leben und Rüstung. Und hast du nicht gesehen. Vor allem Rüstung gegen Braun und so ein Scheiß. Ja, dann geht mal nach oben. Was macht der denn jetzt? Na, dann lauf mal da lang. Lass sie da oben mal lieber zaubern. Kommt sie? Kommt sie? Nee, sie kommt nicht. Oh, da kommt sie. Okay. Ah, die müssen kommen. Lass sie kommen. Lass sie halt nicht kommen. Äh. Woo, Kreisel drehen. Ah, gedodged, man. So, was machst du jetzt, wa? Was machst du jetzt, wa? Du Nubiger Nub Nub. Ah, da kommen wir nicht mehr hin. Können wir Tower angreifen hier. Das war doof. Ist er jetzt down? Wau! Hihi, meins. Oh, Mist. Schnell machen. Und weiter. Nee, kann Annie sich holen. Brauche ich nicht. Alles easy. Gucken wir gleich hier stehen bleiben. Nice. Hehehehe. Scheiß, bin tot. Egal, gekriegt. Gekriegt ist gekriegt. Alles easy. Ah, Stufe 11. Ich hab dick aufgeholt, ne? Die anderen? Das haben die denn da alle so. Stab der Zeitalter. Nice. Schön, schön. Die Annie ist tot. Kann ich nicht nachgucken, was sie hat. Oh, Mann. Gucken wir mal lieber, dass es hier so weit hat. Ich bin ja auch gerade selbst erstaunt darüber, wie flüssig das Ganze läuft. Bei den letzten Aufnahmen von LOL ist es immer so gewesen. Irgendein Scheiß war immer verkehrt. Scheiße, sind zu dritt da. Weg, 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 weg. Geht da nicht rein, Mensch. Geht da doch weg. Geht da doch weg, Mensch, Alter. Da kann ich auch nicht mehr safen. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Da kann ich nicht mehr safen. Ich kann mir Angriffstempo-Schuhe kaufen. Ach, Quatsch. So ein Quatsch. Oh, ich kann mir da ein Dolch kaufen. Den auch. Was hat die Annie denn jetzt? Können wir mal mit ihm gucken. Hallo. Da. Aufstab der Zeit. Oh, war nicht schlecht. Ich und ich mit meinem Hextech Gunblade, ey. Oh, Mann. Wie schlecht einfach. Da kommt Rammus. Die Morgana ist echt gut. Mist, die hätten wir gehabt. Schade. Die Morgana. Äh, die Lux können wir kriegen. Aber der Braum kommt gleich zurück. Kann ja auch nichts machen hier. Äh, schnell weg. So. Zack. Last Hit. Ups. Weg, 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 weg. Lauf, Annie. Ich pass auf dich auf. Ich pass auf dir auf. Ach, kein Quatsch. Tank Rammus zieht sich zurück. Weg, du Feigling. Ich bin kein Feigling. Easy gedodged. Easy gedodged. So, hier. Jetzt kriegst du auf den Sack, Mann. Man. Bam. Flash. Ich kriege ich. Ich kriege ich. Jawohl. Mit Ach und Krach reingerannt. Yes, Mann. Yes, Mann. Easy hier. Easy. Easy. Nice. Der Tower ist down. Und da ist es. Das U. Gut, jetzt kommt das nächste. Was nehmen wir denn jetzt? Jetzt kommt das R und wir nehmen mal das 2. Ne, das dritte von uns. Ne, das dritte hatten wir schon. Nehmen wir mal das neunte. Wollen wir nicht so übertreiben hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne. Moment. Scheiße. 1. Nein, Moment. Meine Kacke. R. Ja bitte wo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ob. 8, 9. Fluch des Lichts. Alles klar. Oh scheiße. Ne, ne. Oh nö. Oh nö. Was macht das eigentlich? Bam. 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 Wer spielt denn so ein... Wie spielt denn so ein Kack Rammus ey? Das ist ja auch nix. Nix halbes und nix ganzes. Ah, das ist ein Luchs. Nein. So close. Mist. Mana. Ja, Fähigkeit, Stärke. Alles klar. Oh Gott. Nice. Ja, nice. Nice. Ja, Mist. Wir haben ja im normalen Angriff 47, äh, 40% Schaden gemacht. Alter, frei. Ja, push. Kann ich pushen? Ich bin tot. Ich bin gleich wieder da und da komme ich. Und los geht's. Da 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 da. Da 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 da. So, Ulti an. Hier machen wir den Feld leer. Ich komme mit meinen Leuten. So, easy. Die pushen gerade. Kann ich das Ding hier einnehmen? Nein, das ist noch nicht fertig. Ach, Mist. Mist. Verdammt, verdammt, verdammt weg. Da ist Braum. Ganz schlecht versteckt. Woher ich denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, woher ich. Geh mal, Job. Geh mal, Job. Ach, Mann, Morgana. Ah, Mensch, scheiße. Muss ich versuchen, den hier zu halten. Die kommen auf gar keinen Fall hier hin so schnell. Lux ist, ja, die kommt hier nicht hin. Das schafft sie nicht. Das schafft Lux nicht rechtzeitig. Da sind Braum und Lux. Ja, kein Problem. Die scheinen echt freundlich zu sein. Das gefällt mir auf jeden Fall. Alle drei Bottom. Bloß zurückfallen. Lauf! Ich habe alles. Ich könnte, wir könnten reingehen, aber wir riskieren es dann doch nicht. Lass sie mal kommen. Okay, ich habe Schild. Go! Nein! Nice! Alter, die geil. Sind die gut? Was ist das denn hier? Oh Gott. 5% Lauftempo, weißt du, voll schlecht. Guck mal, die Tränke weg, die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Das wollte ich haben. Alter, was ist mir denn für eine Scheiße hier rum? Mit diesem Gammel, ey. Oh Gott. 1690 live. So schlecht kannst du doch nicht sein. Na, ich gehe mal top und clear das da. Ja, ich brauche es nicht hingehen. Da gehe ich hin. Mein Farben, mein Farben. No! Putz! Ja, so wie es so schön heißt, ne? Voll mit Ulti gestielt, ey. Ja? Ja, jetzt geht's die Topperfekt, jetzt pushen die Top, komm. Go, go! Go, go Power Rangers! Okay, hier. Ja, jetzt haben wir dich. Verdammt! Auf die Wehen, auf die Wehen, auf die Wehen! Mann, fuck! Nicht gekriegt. Bin eigentlich ein Noob. Fuck! Voll verkehrt, ey. Mann, ey. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Was, ich setze auch nie meine Fert, meine Dinger hier ein, ey. Oh, oh. Sorry, I'm building more life now. Sie fühlt sich voll verantwortlich. Okay, no problem. Alter, und ich war nur scheiße hier und mich flamen die gar nicht. Ludens Echo. Was ist das? Luders? Das Luder? Das Echo des Luders? Alles klar. Und wir rasieren jetzt, hopp, komm, äh, bottom, komm. Bottom push und fertig. Easy rein da. Nicht easy rider, sondern easy rein da. Ja, ich gehe jetzt mal backdoor'n hier. Ja, was heißt backdoor? Ich gehe jetzt einfach mal bottom durch. Wo ist der Rest denn? Wenn ich kann. Oh, toll. Da kommt die nächste. Können wir den entlegen? Ich bin einfach dazugekommen als Verstärkung, auch wenn es nichts gebracht hat. Ich gehe wieder runter. Die pushen schön top, das finde ich gut. Patsch. So, hier ein bisschen reinhauen. Ach, jetzt geht er auf Champions. Alles klar, Ise. So, weiter jetzt. Oh, warte mal. Kann ich das Ding einnehmen? Dann nehme ich das Ding ein. Wobei, die kommen jetzt da hin. Bye, bye. Dann nehme ich das Ding ein. So, ich hau. Oh, mein Rückruf ist, glaube ich, schneller, oder? Scheiße. Dann machen wir es so. Ja, 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 ja. Und tschüss. Go, go. Weg hier. So, easy and come. So, mal ein bisschen. Also, mal kommen hier. Oh, mal easy. Das alte Casablanca, du da, ey. Puh, komm, 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 komm. Damn it. Oh, Mann, das war gar nichts. Ey, die Vayne ist auch so krass einfach, ne? So, dann haben wir unseren nächsten Gegenstand. Oh, Gott. Oh, Mann, okay. Jetzt, du, Ran. Jetzt kommt doch das A. Und dann nehmen wir einfach mal das... Elfte. Ja, komm. Ja, komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also, das da über der Klinge. Oh, Kommando-Banner. Jetzt geht's ab. Ich bin unbesiegbar mit dem Kommando-Banner. Was kann das denn? Leben, Fähigkeit, Steck, Magie, Resistenz, Upgrade, Zeitung. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das denn? Alter. Ey, wie wir locker gewinnen würden, wenn ich normal bauen würde, ne? Aber ich mach nur Scheiße. Go, 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 go. So, wenn ich ernsthaft spielen würde, ne? Ich wäre auch echt... Ich bin so ein Arsch, ne? Die Gruppe ist total toll, ne? Und ich verhalte mich hier wie ein Brecheisen und mach nur Mist. Ja. Ja, ne, da kann ich nicht reingehen. Das ist zu weit weg. Das bringt nichts. Was macht der Braum da? Was macht der denn da? Shit. Weg, 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 weg. Da kommen sie gleich von da. 100 Pro. Erste, da ist unten schon die Lux. Oh, Mann. Da muss ich ein bisschen farmen. Hier, komm. Her. Voll die verschwendete Ulti. Aber ich muss, ich muss, ich muss farmen. Sonst kriege ich nie mein Gold zusammen für mein Full-Bit. Aber ich mach auch immerhin ein bisschen Schaden, ne? So, All-Bot. Jetzt beenden wir das Ganze mal. Ein bisschen. Rampage-Mode. Nein, what the fuck? Instant death. Alter, wie viel war das? Alter, das kann nicht sein, ne? Ich war so weg. Gibt's denn so was, ne? Das war's. Jetzt gehen sie durch. Alter, die Rain ist ja wohl mal so was von ihm war, ne? Guck mal, wie die alles selber macht. Wie aufgeben. Nix da. Hier gibt man eher auf. Guck mal, die, ne? Die Vane kriegen wir im Leben nicht mehr down. Boah, das war's. Die reißen uns alles an. Guck jetzt mal, wie der Tower down geht. Alter, Vater. Krass, wie stark die sind. Ja, 0, 0. Zero. From zero. To hero. Guck mal, Ulti reinhauen hier. Bams to the Bams. Bams, Bams, Bams. Nix geschafft. GG. Ja, da muss man sagen. Da haben wir keine Chance gehabt. Naja, aber Leute, das war die erste Challenge. Zum Versuch, meinen Namen zu machen und davon dann ein Bild zu kreieren. Wenn ihr selber noch Ideen habt, was man machen könnte, es kann wirklich abstruse Sachen sein. Sagt ruhig Bescheid, ich würde es wohl gerne mal machen. Ich probiere es dann einfach mal aus, hier oder auch in der Kluft oder sonst wo. Sagt nur Bescheid. Euer Duran bedankt sich für euer Einschalten. Bis dahin, tschüss und ciao.